Okay, du musst halten. Ende. Gute Arbeit, Alejandro. Geh, gib Deckung. Abmarsch. Feuer frei, Gabber, hermanos. Atom! Moment, hört! Fall! Pinze Güero, Graves. Mal sehen. Weafrau! Verdammte Scheiße! Jetzt du ihn spieß, Odenlauf. Dann werden Sie entspannen müssen. Roger. Cuidado! An der Wand. Zwölf Uhr. Fertig. Es ist eure Einheit. Gut. Da kommen sicher noch mehr. Achte auf das Geräusch. Raucheinsetzen, Sergeant. Los. Die Letzer bewegen Sie's. Die Rode blockieren Sie. Wir können das abpassen. Gute Idee, Colonel. Ich hasse sowas in meiner Basis. Wenn wir Grace finden, lo matamos despacio. Geht weiter, wenn es sicher ist. Roger. Geht weiter. Dein Auftritt, Gez. Gez, wir schaffen. Los. Da kommen sicher noch mehr. Rücken wir vor. Meine Männer nutzen diese Tunnel. Wir rüben hier unten fliehen und ausheißen. Erinnerst du dich ans Training, Bakero? Wie könnte ich das vergessen, Commander? Wir wurden gut ausgebildet. Haha. Du bist ein guter Soldat. Wenn das hier vorbei ist, kommt hier Alba's Tor auf meiner Rand. Mein Leitgericht. Nein, Sau. Achtung, da ist was. Finde es, Sergeant. Alles gut. Weiter. Ja. Die Tür da. Geh nach links. Wir sind nicht allein. Shadows. Wie viele? Drei. Nimm den Kerl rechts. Nimm einen. Ich schnapp den Kerl. Gut geschossen. Das reinste Labyrinth hier unten. Gut, dass du mich hast. Da lang. Der Reeves hat Fallen gelegt. Der hat die Codes nicht geändert. Er hat nicht mit uns gerechnet. Was ist hier drin? Da kommen wir in den Zeugerschuss. Achtet auf weitere Ladungen. Hört ihr das? Rauchgranate werfen Gas. Geworfen. Wieder richtig, Captain. Nacht hier. Verkannung. Wieder richtig kämpfen. Nach dir. Duft dich da runter. Duft dich da runter. Hab's. Gehen wir. Wir nach. Geradeaus auf der rechten Seite. Nicht teuer. Wir sind im Zentrum der Basis. Wir sichern uns einen Hubschrauber und bringen dich in die Luft, Käpt'n. Gas. Folge mir. Den direkt hinter dir. Den hinter dir. Schreiber vorger. Schreiber vorger. Schreiber vorger. Si, Signor. Alejandro, ist dein Pilot gut? Er ist der Beste. Viel Glück, Käpt'n. Yes, wir gehen rein. Wir nach. Wie lautet der Code? 627. Hoffentlich ist er noch gültig. Perfekt. Wir sind drin. Wir gehen nach. Alle Ghosts, eins ist da. Wir sind tätig. Schnapp ihn dir. Alle Ghosts, bin in der Luft und habe Sichtkontakt. Verstanden, Bravo-6. Zwei nähert sich dem Tor. Ihr habt Feuererlaubnis, wenn das Ziel markiert ist. Wir glauben, Graves hält im Hauptquartier die Stellung. Drinnen teilen wir uns auf und lassen die Luftunterstützung aufräumen. Sobald die Shadows fliehen, suchen wir Graves und tüten ihn. Komprämmtes? Willkommen, Lieutenant. Alle Ghosts, bereit halten für Durchbruch. Soap, schnapp dir den Richtlaser und markiere Ziele für Price im Heli. Roger. Können losgehen. Das Sicherheits-Tor ist zu unserer Linke. Mehrere Shadows halten Wache. Herr bitte, Feuerunterstützung. Ziel markiert! Ziel erfasst. Waffen frei. Gut geschossen, Bravo-6. Verstanden. Auf zum Hauptquartier und findet Graves. Alejandro, nutze das Chaos, um an Valeria zu kommen. Zu mir. Los, los! Wenn Graves im Hauptquartier ist, müssen wir ihn finden. Also weiter nach oben. Bereit für Luftunterstützung. Soap, markieren. Feueranfrage. Position markiert. Verstanden. Greffe den Ziel an. Ziel erfasst. Greffe positioner. Verstanden. Verstanden. Wer von Schuss. Feueranfrage! Ziel markiert! Erpasst. Geschosser unter Wind. Schneller Tone! Wir müssen grazen! Wir müssen hier hin. Wir fängeln die Grenade! Wir fängeln die Grenade! Wir fängeln! Wir brauchen Munition. In Bewegung! Zub, Luftunterstützung ist bereit. Ziel für Abschuss markiert. Fehler fast. Schüsse abgefeuert. In Bewegung! 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 Ziel markiert. Feuern wenn bereit. Verstanden. Treffe dein Ziel an. In Bewegung! Verstanden. Unter Beschuss. In Bewegung! In Bewegung! In Bewegung! Feuererlaub ist erteilt. Ziel erfasst. Waffen frei. In Bewegung! In Bewegung! Verstanden! In Bewegung! Sieh! Soap, Luftunterstützung ist bereit. Ziel markiert. Seelerfakt, Schüsse abgefeuert. Geht nur durch die Unterküche zum Aufmeant des Hauptquartismus. Griffs müsste dort sein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Feueranfrage! Ziel markiert! Ziel erfasst! Schüsse abgefeuert! Ziel für Abschuss markiert! Feuer wird verstanden! Greife den Ziel an! Erbitte Feuerunterstützung! Ziel markiert! Fehler passen! Passen frei! Schüsse abgefeuert! Was ist das? Feuer mit dem Heli auf das Fahrzeug zaubern! Scharfschützer im Dach, Saumbruch, Feuerunterstützung! Das ist das Weihste des Speciales gewandt. Graves könnte drin sein. Eure Flagge bieten auf dem Hauptquartier. So soll das noch bleiben. So, check diese Tür. Versperrt. Rudy, was hast du? Türladung. Nett. Feuer frei auf Eis treffelt. Wenn ihr Graves seht, ausscheiden. Hey, Rudy. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Zünden. Drei, zwei, eins. Einsatz! Perfekt. Wir sind drin. Alle raus. Eins ist drin. Ist tätig. Schnapp ihn dir. Nathalie, jetzt muss ich auswimmeln. Sei reise. Verstanden. Nach dir kamer. Achtung! Achtung! Wir können nachsehen. Regulativ, Position halten! Ich will alles aufgeregt haben, den jemand hier ist. Sollen sie zu uns kommen. Achtung! Eins Ende. Was hast du am Ziel? Ziel ausgeschaltet! Achtung! Wir haben den Team in die Tonne gesteckt und jetzt melden sie sich nicht mehr. Wir können nachsehen. Negativ, Position halten! Ich will alles abgeriegelt haben, den jemand hier ist. Sollen sie zu uns kommen. Eins Ende. Sicher? Gut geschossen. Zeit, Valeria zu holen. Zeros sind mit der Kelly beschäftigt. Das ist unsere Chance vorzurücken. Exakt. Sie halten Valeria in Hangar 3 fest. Bleib aus dem Sieg. Wir schlagen uns dort hindurch. Hangar 3, roger. Exakt. Sie halten Valeria in Hangar 3 fest. Bleib aus dem Sieg. Wir schlagen uns dort hindurch. Kontakt! Angelegen! Wir haben ihn nicht mehr! Wir haben ihn nicht mehr! Wir haben die Position! Invalieren! Angelegen! Exakt. Sie halten Valeria in Hangar 3 fest. Bleib aus dem Sieg. Wir schlagen uns dort hindurch. Aus dem Sieg. Exakt. Es ist sicher. Lass uns die Fahrzeuge als Deckung und bleiben. Bist du geahnt, dass Graves was ausgeheckt hat? Ich hab immer ein Auge auf die Kringos. Aber nein, ich hab ihnen vertraut. Böse Männer können gute Dinge tun. Luftpassend. Ein paar Nachschüchler. Scheißegal, sie haben Luftunterstützung. Gute Männer können Böses tun. So ist es. Sie wollen Munition an Tor. Gegen den vorgerichteten Sein Scherzer. Was bedeutet Kringo eigentlich? Im mexikanisch-amerikanischen Krieg trugen die Amerikaner grüne Soldatenröcke. Wann war das? 1847. Die Mexikaner wollten, dass sie abhauen. Kringo, hauen. Kringo. Oh. Wusste ich gar nicht. Die Jungs scheint denen da draußen die Hölle heiß zu machen. Kein guter Tag, ein Shadows zu sein. Verdammt richtig. Wenn wir Leventry rauskommen, bringe ich dir ein paar gute mexikanische Schimpfer dabei. Ich glaube, du das wirst. Hehehe. Alle aus von uns. Womit haben wir das verdient? Sie haben uns beiden verschießen, hat nicht geholfen. Das ist fünf Jahre her, Mann. Nähere mich zu einer Position. Kontakt! Direkt hinter dir! Was bedeutet Kringo eigentlich? Wir sitzen hier auf dem Präsentiert-Kanabach! Im mexikanisch-amerikanischen Krieg trugen die Riecke. Kontakt! Wir sind hinter dir! Bleib mal an! Was bedeutet Kringo eigentlich? Was bedeutet Kringo eigentlich? Wir sind im Krieg, trugen die Amerikaner und gründer Soldaten ab den Rücken. Kontakt! Direkt hinter dir! Magazin weg!